. Was ich gemacht habe, habe ich gemacht. Ich gucke, ich kann mich auch nicht leiden. Ich mache es halt so, fertig aus. Ich kann nicht dauernd warten, bis es mir gefällt. Wer bin ich? . Ja, der hier. Ja, schau mal, wie toll das knackt. . 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 Also wie wenn du einfach nur in einem Paradies von irgendwelchen Klängen oder Geräuschen rumspazierst. Ein Paradies ist so das langweiligste, was es gibt. Da läufst du mit der Palme in der Hand immer im Kreis rum. In aller Ewigkeit. Stell dir vor, so furchtbar. Ja.